Dieser Kanal ist für alle, die finden, dass die Welt echt kompliziert sein kann. Darum gibt es hier Videos von Tierbabys in Dauerschleifen. Nope. Natürlich nicht. Nochmal. Dieser Kanal ist für alle, die finden, dass die Welt echt kompliziert sein kann, sie aber endlich verstehen wollen. Uns geht es genauso. Wir wollen nicht nur wissen, was passiert, sondern auch, warum es passiert. Darum machen wir Geschichten, die erklären, einordnen und die Zusammenhänge zeigen. Wird es überhaupt so weit kommen können? Schauen wir uns das genauer an. Okay, okay, okay. Wie ist das Auto eigentlich in die Stadt gekommen? Um die Frage zu beantworten, habe ich mal ein paar Daten zusammengebracht. Unser Kleiderkonsum hat das so ungesunde Zeug angenommen. Äh, hallo? Aber weil wir die Geschichten natürlich nicht für uns selber machen, kommt ihr ins Spiel. Jetzt aber im Ernst. Es geht uns nicht nur darum, dass du uns abonnierst. Was tut es denn? Sondern wir wollen wissen, welche Themen dich beschäftigen und wo wir genauer hinschauen müssen. Wie hast du es mit Plastik? Tönt radikal, ist es auch. Oder was meint ihr? Schreibt es doch in die Kommentare. Dabei versuchen wir zu relevanten Themen die wichtigsten Fragen zu stellen und auch Lösungen aufzuzeigen. Und darum habe ich mich gefragt, woher kommt die Wut überhaupt? Kann man denn das in einen Topf werfen? Sind so viele von ihrem Jobleben enttäuscht? Unsere Antworten findet ihr hier auf unserem Kanal. Jeden Mittwoch am 4. Oh, ein Panda!